Die Reifisenbank setzt sich für den Heizungsersatz ein, weil einerseits die Nachhaltigkeit auch für uns ein wichtiges Thema ist und andererseits wir auch ein Interesse daran haben, dass die von uns finanzierten Objekte werthaltig und auch zeitgemäss unterhalten würden. Wenn Sie sich mit dem Heizungsersatz befassen, und da gibt es sehr viele Leute in der Schweiz, dann ist es am besten, dass Sie eine Impulsberatung ausführen lassen. Wir sind in der glücklichen Lage in der Schweiz, dass die Installateuren ausgebildet wurden zu Impulsberatenden, so dass sie in ein Haus kommen und ihnen kostenlos eine Beratung durchführen. Sie wissen nachher, welche Variante Sie haben, Ihre Heizung zu ersetzen. Das Thema Heizungsersatz ist derzeit in aller Munde. Wir möchten unseren Kunden von erster Stelle informieren oder ihnen auch Tipps mitgeben, wie man so ein Projekt in Angriff nehmen kann. Das Ziel der heutigen Veranstaltung ist, dass unsere Leute die Impulsberatung, die kostenlos angeboten wird, auch kennen. Und wenn es für sie sinnvoll ist, möglichst auch nutzt. Ja, wir dürfen festhalten, im Kanton St. Gallen hat sich die Impulsberatung sehr bewährt. Wir haben über 3'000 Impulsberatungen in den letzten zwei Jahren durchgeführt worden. Und das heisst, welches Interesse ist hier einerseits auf der Hauseigentümerseite und andererseits schaffen wir es so, das Wissen zu vermitteln, was der Hauseigentümer braucht, dass er eben in einen Heizungsersatz investieren kann. Steigen Sie um auf eine Heizung mit erneuerbarer Energie. Die Impulsberatung Erneuerbarheizen von Energie Schweiz hilft Ihnen dabei. Jetzt gratis buchen auf erneuerbarheizen.ch